Heute soll es hier mal um ein Spezialpaket gehen, schauen wir mal direkt in den Shop rein, denn ganz ganz unten sehen wir ein neues Cyber Monday Paket meine ich, ganz ganz unten und zwar Cyber Monday Angebot ist das zweite Frostlegenden Paket, ist wieder zurück für 14,99 das ganze lohnt sich. Schauen wir uns das ganze mal hier an, Gegenstände begutachten, ihr bekommt hier einmal diesen schönen Raven in der Eisvariante, finde ich sehr nice und sehr gut gelungen mit den blauen Augen, ich glaube hier ist so ein bisschen Rauch oder ist es nur die Grafik bei mir, ich glaube das soll ein bisschen Rauch darstellen, sehr cool. Dann haben wir hier die eisige rote Ritterin in komplett blau, steht zwar rot, aber ist blau, eisige blaue Ritterin wäre vielleicht besser gewesen, so komplett im blau silber Look, dann haben wir hier den Liebesranger auch komplett in der Eisvariante, finde ich sehr heftig das Paket, aber da würde ich euch eher das andere empfehlen, aber wer das ganze Eiszeug feiert, der soll sich das ganze natürlich kaufen. Und einmal hier dieses schöne Schild in der Eisoptik, ist ja logisch und einmal die Schwingen, die sehen irgendwie am heftigsten aus mit dem Schild zusammen, die sehen echt fresh aus, ich fühle den Skin irgendwie, aber für den Preis bekommt ihr hier nur 3, 6 Sachen und hier bekommt ihr einfach für den selben Preis 3, 6, 9 und dann einfach 12 Sachen, also das ist schon wirklich krass, was für einen Unterschied man hier hat. Also falls ihr das mehr feiert, dann holt euch auf jeden Fall dieses Paket, denn das ganze, also das hier wird sowieso dann ein Jahr wieder nicht im Shop da sein, ich weiß jetzt nicht wie lange das bleibt, ich denke mal bis zur Season 5 wird das ganze am Start sein, denn es ist ja ein Angebot, was reduziert ist, deswegen schlagt auf jeden Fall zu, bevor das ganze verschwindet, vergesst nicht irgendjemanden zu supporten als Creator, falls ihr mich eintragen wollt, dann tragt gerne fer-jus ein, danke für den Support und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Video.